Musik Zwei Tester, eine Mission. Das Iberotel Aquamarine. Sind die Kriterien zu hart? Oder kann das Fünf-Sterne-Haus die schonungslose Prüfung bestehen? Also ich habe ja schon viel über das Iberotel Aquamarine gehört. Aber was ich gerade gesehen habe, das haut mich echt um. Es ist ein tolles Hotel. Eines der schönsten Hotels, das wir überhaupt im Programm haben, muss ich sagen. Und aus dem Grund haben wir uns auch entschlossen, für nächsten Sommer 400 Zimmer exklusiv zu sichern für unsere Gäste. Ja, und die werden Spaß haben. Drei 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 Vielen Dank.